Jonas lädt all seine Facebook-Freunde ein, um seinen besten Kumpel Toni mit einer Geburtstagsparty zu überraschen. Am nächsten Morgen bereitet Jonas heimlich die Party in Tonis Haus vor. Währenddessen ist das Geburtstagskind unterwegs. Super, dass du Zeit hattest. Am Abend treffen die ersten Gäste ein. Gott sind das viele, hoffentlich reichen die Getränke. Kurz nach acht kommen Toni und Markus vom Skaten zurück. Hey, wo kamen die ganzen Leute her? Ich wollte dich überraschen. Das ist dir echt gelungen. Immer mehr Leute strömen in Tonis Haus. Die Party ist in vollem Gange, bis alles außer Kontrolle gerät. Los Leute, die Party ist zu Ende. Ihr hattet euren Spaß. Toni und Jonas bekommen eine Standpocke. Ihr zwei räumt das jetzt alles auf und der Schaden wird ersetzt. Sorry, dass die Party so aus dem Rudder gelaufen ist. Schon okay, aber bei der nächsten Party sollten wir unsere richtigen Freunde einladen. Das ist deine PodbistIT. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.